Ein Hund, der so tapfer ist, dass er weder vor Marsmenschen, Maulwurfsmenschen noch Monstern Angst hat. Wer mag das nur sein? Sehr ich. Klar, denn Scooby-Doo ist meistens richtig mutig. Mit seiner Spürnase geht er auf Verbrecherjagd. Und seine Freunde? Das Scooby-Doo-Detektivbüro. Helfen ihm dabei. Spürnase Scooby-Doo. Jetzt in ZDF TV. Zehn Jahre Anja und Anton. Und es ist immer noch aufregend im Wasserwerk. Keine Tiere auf dem Werksgelände. Doch Anja hat ihren eigenen Kopf. Und Anton? Ich weiß nicht, warum ich mich immer wieder von dir breitschlagen lasse. Klaus-Peter ist immer für eine Überraschung gut. Das ist nicht dein Ernst, oder? Das hetze ich mich nicht rein. Anja und Anton, heute 8.10 Uhr in ZDF TV. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ich bin kein ZDF-Dει. Das ist nicht dein Ernst, oder?